wieder am start ja warum ich das video macht ja es geht darum ich habe vor kurzem gestern also beziehungsweise heute ein live stream gemacht und gestern wiederum ist aber gar nichts da war ich irgendwie nur müde und depressiv und lustlos sagen wir samstag samstag ungefähr ich glaube samstag fast auch samstag morgen da die auch leisten gemacht und da wiederum ist kam jemand und hat gefragt habe ich lust nicht mit jemand anderes zu spielen oder also zusammen sag ich meine und wurde eingeladen halt zum spielen da in coc von heute ebenfalls hat jemand gefragt ja du jackie hast nicht kann man mit dir zusammen spielen ja die sache ist die jetzt kommt die fette antwort ja lust hätte ich schon aber wiederum ja charlotte ich würde erstmal vielleicht mit einer einzelnen person bevor ich drei leute vor mir habe sag ich mal die wahrscheinlich zum größten teils kinder sind und ich das habe ich meine große befürchtung dass das kinder sind da bin ich eigentlich nicht so mit drin wegen sie blöd aus als 27 jähriger mit kinder zu spielen naja das spiel ist 12 wenn ich mir recht erinnere und kostenlos will man geben passt das blöde ist aber auch wiederum jeder kann den game pass haben und ja das heißt er kann auch in zehn jähriger was das ist so jetzt kommt meine sache zu antwort ob ich lust habe mit jemand anderes zu spielen ja lust hätte ich gesagt schon aber wiederum die leute die sich bei mir melden oder melden möchten um mit zu spielen mögen bitte zwischen sagen wir 19 und 30 sein also zwischen 19 und 30 sagen wir so ok wegen ich möchte nicht dass ich jetzt mit kindern spielen was das sehe ich ich habe jetzt vor kurzem ja mit max gespielt der hat ja noch nicht mal gecheckt sag ich mal dass ich dass man über spiel auch so reden kann also dass er mich hören müsste eigentlich über das spiel also voice chat und so und ja das auch halt und er ist halt so zwischen 13 14 auch wenn er größer wird und et cetera sie nennt er sich max der groß auch ja nee aber wie gesagt das ist halt die sache also bitte zwischen 19 und 30 jahre ok aber man also ich habe auch nichts ich habe auch kein problem dass es frauen sind ich habe kein problem dass es jungen sind die sich melden also männer hauptsache dass sie zwischen 19 und 20 sind und kann auch mein wegen älter sein also 19 und 30 kann auch mein wegen älter sein noch aber wie sagt dass man sich wenigstens auch verstehen kann versteht ihr ich will schon dass man sich gegenseitig versteht und nicht sag ich mal gegenseitige angezicke ist nur wegen meinungsverschiedenheiten da habe ich kein bock drauf gut das war's für das video und ich werde gleich das wieder hochladen ich werde auch ein anderes video noch mal danke fürs zuschauen und lasst mir like und abo da ich tschüss euer jackie